Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Walheim. Hier drüben auf unserer gemütlichen Fahnen läuft ja das eine oder andere Schweinchen rum. Das heißt, ich würde einfach mal gucken, ob ich die mal hinter mir erziehen kann. Gar nicht bestimmt, ob wenn es mal wieder kein Schwein dabei ist, was sich lohnt mit dem Stern. Gebt ihr Gas, ey Leute beruhigt euch, alles wird gut und nein. Kommt ihr jetzt rein oder nicht? Jetzt ist wieder nur eins drin, Moment. So, und da ist nochmal zwei drin. Entschuldigung, das war falsch, komm mal rein hier bitte. So, die zwei Schweinchen sind drin, lassen wir sie sich erstmal ein bisschen austoben. Oh, den Snack, den stopfe ich mir nochmal nebenbei in die Tasche hier, so ein Dixenschwänzchen. Warte mal, hier sind doch ein paar Bären. Die könnt ihr ja schon mal, wenn sie Bock haben, die Schweine und sich ein bisschen beruhigt haben, können die ja schon mal hier vier Bären essen. Hier gibt es ja immer wieder Nachschub, das passt soweit. Ich hoffe, die kommen da jetzt nicht raus. Im Prinzip lohnt sich das Züchten der Kleinen, lohnt sich ja gar nicht. Aber vielleicht finden wir ja demnächst nochmal ein Sterne-Schwein. Trotzdem würde ich es halt gerne mal ausprobieren. Seid ihr noch da? Hier habt ihr was zu fressen, Leute. Nein! Ich bin mal sehr gespannt, ob die das Gehege der Heide lassen. Oder ob sie es einfach auseinander nehmen. Vielleicht beruhigen sie sich. Gut, alles klar. So angebaut habe ich. Dann machen wir uns mal zurück nach Hause. Müssten wir mal wieder ein bisschen was zu essen in die Tasche stopfen. Irgendwas, was wir noch hier lassen müssten? Nee. Absolut alles angebaut. Es ist nichts mehr da. Ich will mal gucken, ob wir ab und zu mal bei den Schweinen vorbeischauen. Ob die auch Fortschritt haben, wenn wir nicht dabei sind. Weil ich wollte jetzt nicht ewig da warten. So, äh. Tatsächlich könnte ich mir wieder ein paar Würstchen machen, glaube ich. Ich habe schon wieder vergessen, was ich dafür brauche. Ach. So. Hm. Ja, gut. Können wir mal nachfüllen, das Ganze. So, was gibt es denn? Wir haben Würstchen. Wir haben Pilze. Die Suppen würde ich mir eigentlich ganz gerne aufheben wollen. So. Noch einmal Fleisch durchbroteln. Sehr gut. Kannst du auch nicht atmen? Ja, gut. Alles klar. So. Wir haben diverse Suppen auf Vorrat. Verköstigen uns jetzt erstmal hier mit gekochtem Fleisch Würstchen und ein paar Pilzen. Das sollte erstmal reichen. Fürs Gröbste. So. Mal ganz kurz das Inventar ein wenig aufräumen. 50er Stick Holz nehme ich mit nach oben. Wir machen gleich nochmal Kohle. So. Äh. Ein paar Samen. So. Da haben wir auch mehr als genug. Da können wir den ganzen Wald ansetzen. Oh. Hier, das Ding muss ich mal reparieren. Leder. So. Wir brauchen immer noch ein Wolfsfell. Ok. Wurts mal durch reparieren. Den Flug lassen wir oben. 7 Metalle durchgeschmolzen ist hier soweit alles was haben wir jetzt noch über 51 ja ich werde auf jeden fall das schild noch aufwerten wenn wir den halben stack und 20 metall silber vielmehr so genau silberschild werde ich abreden einmal 20 edelöls gut dass ich ein bisschen was mitgebracht habe immer noch zu schwer lass uns gleich noch eine stufe drauflegen 8 silber nochmal ja damit ist sogar schon maximale qualität ok 15 silber die haben wir locker noch und dann wäre also ich brauche jetzt noch 45 das habe ich nicht mehr ganz leider nur noch mal 30 silber dann werde ich den frostner wahrscheinlich nicht nochmal aufwerten können das ist schade also nicht so schnell ich muss erst nochmal ein bisschen silber dann holen aber die hosen machen wir auf jeden fall noch fertig ach und den wolfsfell umhang was bringt das den nochmal abzugreifen das geht gar nicht ach so warte mal umhang oh das ist zum 2 das ist zum 1 ok das ist nicht gerade äh ich aber warum nicht einfach weil es gut aussieht einrüstung ist jetzt nicht gerade super viel gut der neue tag ist angebrochen wir machen uns mal zu Fuß und mal rüber auf den silberberg hier rein theoretisch könnte ich sogar zu Fuß da zurücklaufen aber das wäre natürlich auch schon irgendwie ein bisschen crazy ich gucke mal dass ich noch eben ein wolfsfell besorge viel mit silber wird es ja nicht werden ich könnte das tatsächlich schon mal vorbereiten und ein bisschen was noch abklopfen aber wichtiger wäre mir jetzt eigentlich dass wir einen hinweis auf die drachen mutter finden entschuldigung aber das fleisch das lasse ich nicht liegen wenn sich das hier so anbietet was in der anderen Ringe rollt hier nein das fleisch das fleisch verdammt achso ich wollte ja rein theoretisch könnten wir das tor nochmal umsetzen damit ich da ein bisschen bequemer jetzt den berg hochkomme mache ich auf auf der rücktour ich würde es einfach mal hier weiter rechts rüber setzen jetzt sind wir hier unten ist ein bisschen ungünstig ich ziehe jetzt mal hier durch und gucke mal was da noch so ist und wenn wir zurückkommen brauche ich das tor ab und versetze es ein Stück noch nach rechts haben wir es nicht ganz so weit zu fahren ich will jetzt erstmal hoffen dass es Wetter hält sonst habe ich ja immer Schneesturm oh Leute es ist schon wieder so bewölkt will er mich verarschen? er will mich verarschen ey was für ein Schrottgebirge mal ganz ehrlich entweder ist hier Nacht oder es schneit wie Hulle ok wird mir einfach trotzdem mal die Wünscherroute gönnen und wir ziehen einfach mal ein Stück durch ich hoffe es wird gleich wieder auf Gott ist das ungemütlich da sehe ich einen Wolf für mich alles täuscht da ist schon mal das Wolfsfell was wir bräuchten aber ich ziehe jetzt tatsächlich hier nochmal ein bisschen durch gucken wir was hier noch so kommt obwohl es wahrscheinlich schöneres Wetter gäbe aber wir nutzen den Tag man sieht aber wirklich schlecht und wir kommen jetzt so langsam jetzt habe ich mich immer ein paar mal erwischt der Wolf Fleisch immer tatsächlich genug oh Gott ey wenn ich jetzt hier sterben sollte durch einen blöden Zufall komme ich glaube ich nicht mehr zurück oh das Wetter wird besser ja wir sind raus aus dem Sturm oh mega gut oh man denk immer dran deine Ausdauer noch ein bisschen am Leben zu halten hier scheint es echt viele Wölfe zu geben ich habe schon wieder einen gehört da unten ich stehe da da oben hoch müssen wir wohl mal das sieht ja sehr interessant aus da oben das ist eine Wolfsfelle alter schön gekontert und wir gemoscht das major kraxeln schauen was da oben ist ist ein ausdauer aufbauen hier gibt es schon mal selber müssen uns nur dieses blöden drachen zimmer ich kann doch dorthin bleiben hier oben ok aber was wofür das brauchst erstmal gucken ob es selber ist hier geht es immer schwer rein du in den berg hier muss doch was sein oder bei dem ausschlag selber ist klar ich dachte schon und ich besonders cool muss mal besonders cool in die hose gehören so markier mal bitte so silber alles klar ich hätte aber echt gedacht wir finden hier mal ein hinweis auf modi das wird wohl hier vergraben soll ja das brauche ich jetzt nicht so wirklich wenn du was denn da los scheiße oder wo wollt ihr denn hin oder ist ein stein golem tatsächlich ja lass den mal machen äh mit dem will ich nichts zu tun haben hier ist auch irgendwas vergraben das könnte wiederum eine silber honor sein ja ok nice das könnte schlimmere dinge geben eine kiste da schaue ich doch mal rein sehr gut gerade die frostfeile habe ich mega gut gebrochen stellt sich mir echt nur die frage und hinweis wäre mal geil weil da ist dieses schneegebiet einfach nur mega groß kann man hier Mal gucken, ob eine Kiste für uns da ist Nein Hier ist mal überhaupt nichts drin Bisschen traurig, aber was willst du machen? So Entweder ein größeres stein an das Gebäude Oh, hier ist Sumpf Hier guckt eine Silberader sogar aus dem Boden raus Die hätte man tatsächlich auch ohne Wünschelrute durch Zufall entdecken können Ja, sind wir tatsächlich schon ganz hier oben Alter Schwede, dann lass uns den Norden noch eben fertig machen Ähm, dann schließen wir das da hinten mal ab Und dann sollte ich zusehen, dass ich irgendwie wieder so ein bisschen mich auf den Rückweg mache Weil im Dunkeln möchte ich hier nicht durchs Stehgebiet laufen Das ist so mehr oder weniger Stirb Hat er mich gesehen Da flattern aber viele Drachen Oh, oh, oh Wo ist denn der jetzt hin hier, der Flattermann Wollte eigentlich ganz gerne mal hier oben drauf gucken Ne Ich sehe nix zu hell Ach, scheiße, da geht schon wieder der Schneesturm los Okay Hier oben scheint aber auch nix zu sein Leute, seht ihr das? Wie das hier abgeht? Okay Das war's, ich mach mich zurück Ist mir zu ungemütlich hier Aber hier gibt's auf jeden Fall noch eine ganze Menge zu holen Ach, keine Drachen-Trophäe, schade Okay, das wird die gleiche Silberahle sein, die ich hier schon mal markiert habe Denke ich Es wird auch langsam dunkel Ähm Ich zisch mal ab Wir kommen nochmal wieder Ich müsste mir nur mal den perfekten Platz überlegen, wo ich hier Ach, das ist ultra weit mit dem Schiff Weil wir hier komplett um diesen Kontinent rum müssen Hm Aber ich will mich jetzt auch nicht mehr ewig hier aufhalten Hm, wir können mal hier runter Und schlendern noch ein bisschen durch die Dunkelwelt Ich hoffe, ich überlebe das Dann haben wir hier zumindest schon mal Das Ende dieses Gebirges abgesteckt Ja Hier bist du doch fast schon wieder unten Hm Ha, ist das riesig Also Wolfsfeld, das Ziel haben wir ja mal locker erreicht Was ist denn mit dem? Oh, ich bin auch nicht länger ausgeruht Alles klar So weg hier Dann lass mal gemütlichen Schrittes nach Hause machen Ähm Und noch die Rüstung bauen Das war ja aufreibend genug hier für mich Guck mal hier, schön alles Grasland Sehr gut Jetzt müssen wir uns noch ein bisschen Holz mitnehmen Gut, sehr Okay Äh Ja Ich mach mich mal zurück zum Portal Ach Home sweet home erstmal Das war ein ganz schöner Maß schon wieder Ist ja wohl auch ein riesiges Ding Leider keine Hinweise auf die Drachenmutter Was willst du machen? Aber Äh Genug Wolfsfälle, um jetzt mal ein bisschen was zu bauen Jetzt haben wir unsere Beute verstauen Wahnsinnig viel Oh, guck mal Hier ist sogar alles voll Ein paar Zähne braucht man, glaube ich, auch, ne? Äh Trophäe Die kann schon mal weg So Wir müssen jetzt ein Plätzchen, um das Teil zu bauen Oh, hab ich denn die Bärenstempel, ne? Oh, so passt es schon Was brauchte ich denn nochmal? Das heißt, bauen, aufwerten wollten wir, ne? Den Beinschwitz Schild geht nicht mehr Ja 15 Silber, den Rest haben wir in der Tasche Haben wir noch 24, hätten wir noch über Das reicht dann aber leider nicht mehr Für das Schild, ne? Also, Wolfsbeinschutz Wolfsbrustschutz Bestens Silberschild Maximale Qualität Draugam maximale Qualität Fehlt eigentlich nur noch der Frost, ne? Für 30 Silber Aber Dafür reicht es leider nicht mehr ganz 406 Nicht so schlimm Bei der nächsten Tour, dann Sollten wir den nochmal aufwerten können Dann bauen wir uns auch das Silberschwert Das wird jetzt 24, ja, auf Stufe 1 Weiß ich nicht Würde ich das, glaube ich, nicht unbedingt mitnehmen wollen Kostet sowieso 40 Silber Alter, Späde Ist das teuer Oh ja, guck mal So Und Wolfszaunspeer Können wir uns noch leisten Und so ein Drachenhelm Können wir uns noch leisten Wenn ich denn Drachentrafäen 2 hätte Ne Tatsächlich erst eine gefunden Da haben wahrscheinlich schon 50 Drachen gekehlt Aber die sind ein bisschen seltener So Kurz mal Kram wegsortieren Dann sollte es das Dann schon wieder gewesen sein Für diese Runde Müsste mir vielleicht noch ein paar Pfeile Äh Ein paar Obsidian-Pfeile nochmal machen So Samen Oh, hier hast du tatsächlich wieder ein paar Die sollten wir dann mal mit rüber nehmen Auf der Farm Ah ja, und nach dem Schweinen Können wir noch mal ganz kurz gucken Ähm Nehme ich ein paar Bären mit Habe ich welche? Ja, nur zwei Und fünf von den blauen Da können wir auch die dahin werfen Vielleicht lass mal hier Ähm Ein Pilz Mach hier mal Da schmeißen blaue hin, ne? Rumpf reicht ja erstmal Will ich hoffen Wo sind die Disteln jetzt? Ja Gut Kommen wir noch mal ganz kurz auf der Farm Sollte ich aber schon Den Flug auf jeden Fall mitnehmen Passen hier noch ein paar Steine rein Ich hab Ja, passen Sehr gut Alles klar Schauen wir mal Ist aber wahrscheinlich noch nichts Ausgewachsen Nee, nee Das dauert noch eine kleine Weile Guck mal Die Schweine sind da Hier, die haben sogar Schon ein Herzchen da Die Leute haben da was zu futtern Er frisst hier das oder? Was sind die gar nichts? Also Herzchen sind ja da Jetzt sind sie wieder aufgebracht, oder? Ja, auf jeden Fall haben sie ja noch eine rote Leiste Kann ich hier einen Fortschritt sehen? Vier Prozent Wow Alles klar Ich bin weg, Leute Bericht euch wieder Wird noch ein bisschen dauern Die Schweine zuckt Wir sind schon mal angegangen Nein, lasst den Zaun an, Leute Bericht euch wieder So, ich schlange es noch ein bisschen an Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder Bei Walheim Ähm Ja, wo wir tatsächlich versuchen Irgendwie der Drachenmotor auf den Platz zu rücken Noch keinen Hinweis gefunden In mehreren Gebirgen Selbst in dem riesengroßen da jetzt noch nicht Aber Irgendwo werden wir die Gute schon auftreiben Ich mache ja noch so ein bisschen hier Sorgen für lecker essen So passt das kann ich hier noch Vielleicht geht das Achso, nee, das war es eh Alles klar Gut, danke fürs Zusehen Bis zum nächsten Mal bei Lime Macht es gut Bis denn Tschüss 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 Tschüss